Baume, mein Dillie. Er ist... Was bist du? Ich möchte sie nicht in ein Blöckchen, ich bin Klümpchen. Ich bin zuerst der erste Eglische. Wir kommen zum Beispiel an die Antiole. Von der Welt, ey. Ich bin zu griebeln. Ich bin an drei verschiedenen Stellen. Völliger Quatsch. Ist es auch wieder weg. Ach, ist völliger Quatsch. Also ist noch nichts. Oh Gott. Dann machen wir ein Lied dazu und das passt dann nie. Das Quatschen war dann irgendwie mit Gewalt aufeinander und versuchen das zu spielen. Und jetzt dann das Prinzip, die erste Strophe, die kriegt man irgendwie zusammen. Aber wir singen als dritte dann wieder die erste. Und das Publikum uhrschlecht drauf ist. Wir standen mal im Kalinka-Club und da hat sich kein Schwein so interessiert. Die standen so da, haben wir geguckt. Und dann denken alle, jetzt klatschen die anderen auch nicht, klatschig nicht, eine schlechte Band. Klamotten nehmen und so, die liegt nur total fern. Und so den Ohrring machen, wenn ich nicht geschickt genug oder so. Also mit den Weckern ist auch nicht so gelaufen. Aber was hast du mir dabei gedacht, zeig doch mal einfach, der Ding. Paul? Alter, ich wachse. Die Transformation. Aha, die... Und dann Punkt ist, man sagt, das ist geil. Bloß dann sitzen wir da und freuen uns bloß und am nächsten Mal hören wir uns das an und denken, oh Gott, das wird jetzt endlich planen. Und dann ist das Wichtigste, da muss ein Text drauf. Und ein Text macht kein Mensch von uns. Arjoscha ist der Meinung, ein Text muss von selbst entstehen. Ein Text, den kann man nicht machen. Also es ist kein Text da. Also stürbt das Lied. Dann ist mal ein Text da, dann machen wir ein Lied dazu und das passt dann nie. Das ist nur so, passt, passt wunderbar. Und dann spielen wir den, da fehlt ein Refrain. Und dann wird die Strophe zum Refrain, aber dann fehlt wieder die Strophe. Und die findet sich nicht. Und wir haben es dann das Prinzip, die erste Strophe, die kriegt man... Wir sind alle Kandidaten. Gut, wir geben uns gerade ein bisschen schlecht. Hey, hi. Warum? Äh, achso. Achso. Nee, äh. Ich hab auch so ein bisschen die Wissen gesehen. Schön. Ja? Ja. Wie fühlen es aus, hier da? Echt? Ja. Na klar. Ist geil. Ist echt geil. So, auf in den Kamm, wir müssen wir halt essen essen. Ja, ist auch, glaube ich, schon fertig mittlerweile. Du, ich hab das gesehen jetzt irgendwann mal, was wir damals gemacht haben. Der war doch süß, oder? Ja. Von dem Match hat sich schön zusammen gesehen. So. Und Rammstein ist schuldig und nicht lustig. So ist das. Das ist Paul alleine. Merkst du, wie verschieden ihm sind? Er steht auf heavy metal, oder steht mehr auf so funky, die-ding-ding-ding-ding. Es ganz völlig verschieden. Das ist ein bisschen lustig. Das ist ein bisschen lustig. Das ist ein bisschen lustig. Nein, wir wissen, dass es nicht gefährlich ist. Aber ist es nicht schwer zu spielen? Nein, überhaupt nicht. Er liebt sehr, dass wir in ein Show spielen spielen. Er liebt sehr, dass wir in ein Show spielen spielen. Und wenn es jeden Tag ein Reserviert ist, wenn es auch das gleiche ist, wenn es auch das gleiche ist, dann ist es mein Lieblings. Wir sind niemals. Ja, ein wenigstens. Auch in Zaporoz. In Zaporoz. In Zaporoz. Es ging hier kaputt. Es ist schnell, wenn es flach ist. Ja. Es war Zaporoz. Es flach. Es flach. Ja, sehr schnell. In der ersten Fahrt haben wir nicht gekauft. Er hat 4,000 Maren. Und wenn wir zum ersten Mal mit ihm nach woher поехали, er zerbaut. Ich habe gerade gesagt, ich habe gerade gesagt, dass du bist. Ich bin 16 Jahre alt. 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 Du- Du bist, bevor ihr so alt geworden seid. Scheisse Scheiße, das ist so richtig. Die G routines cadaandietweise. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. und dann gibt es eine verbindung zwischen deutschland wahrscheinlich auch nicht euren song hergegeben oder nein wir haben auch langsame songs im programm ja stimmt es ist der wahnsinn und seid ihr zufrieden als ich es gesehen habe da wird man so dick von dessen laufen mal lieber sieht man die aber jetzt wirklich nicht dass da ja ich habe euch zuletzt gesehen da wird man so dick von dessen laufen mal lieber sieht man die aber jetzt wirklich nicht dass da ich ja ich hab euch zuletzt gesehen